Herzlich Willkommen bei Let's Make Money und dem 15. Tag unseres Rubbellos Adventskalenders. Heute sind Mandelnusspralinen hier im Kalender gewesen, die ich mir gleich schön gönnen werde, weil meine Freundin da keinen Bock drauf hat. Das Westlotto Adventslos. Mal sehen, was es für uns bereithält. 1.000 Euro, 2,50 Euro. Es ist noch alles drin. 1 Euro, jetzt müssten 2 x 50 Cent drin sein und damit ist das eine Niete. Leider geht der Gewinn an uns vorbei, eine Niete und wir schauen mal, was in dem Tütchen hier ist. Jetzt hat es tagelang geklappt hier ohne Schere, gut, dass ich noch ein Messer hier neben mir liegen habe. Wir haben das Happy 7 los, mein Lieblingslos, das 3.000 Euro extra Gehalt los und noch mal ein Weihnachtslos. Damit fangen wir an. Wir rubbeln noch mal das Weihnachtslos. Oh, 50 Cent, 2 x 50 Cent, das könnte ein Gewinner werden, das ist ein Gewinner. Und zwar 50 Cent hier, nehmen wir noch mal im Weihnachtslos. Ich würde sagen, jetzt das Happy 7, das rubbel ich auch gerne, kann man sich kaum entscheiden, welches man hier rubbeln soll. Wir brauchen eine 7 und haben dann den dementsprechenden Geldbetrag gewonnen. 30, 70 Euro, eine 9 und eine 22 im zweiten Spiel wären 42 Euro gewesen. Drittes Spiel, 11, 18, 8, 10 Euro. Viertes Spiel, 2, 24, 28 und die 5, 35 Euro. Jetzt wird es so langsam spannend hier. Drei Chancen haben wir noch. 21, 12, 23, die 7. Eine 7, jawohl. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, aber wir rubbeln erstmal noch die anderen Spielfelder auf. Mehrfachgewinne sind ja möglich. Die 14. Das Glück hat uns ja lange hier auf die Folter gespannt. So viele große Gewinne waren noch nicht dabei. Im rubbellos Adventskalender. Der Endspurt des Jahres 2018 hier im Rubbelgeschäft. Die 16, die 31. So, die letzten beiden Gewinnfelder rubbeln wir jetzt auch noch frei. 100 Euro. Und wir sind gespannt. Jetzt geht es los. Ich freue mich jetzt schon. 5 Euro immerhin. Ein bisschen mehr als der Lospreis konnte freigerubbelt werden. Auf den Gewinnerstapel. So. 3000 Euro extra Gehalt. Das wäre natürlich wunderbar. Wer wünscht sich das nicht? Ich glaube, das Los ist schon gar nicht mehr erhältlich. Wir haben unsere Gewinnzahlen. Die 27, die 3 und die 7. Die müssen wir jetzt hier unter einem der Portemonnaies wiederfinden. Die 21. Die 2. Unter der 2 wären 2000 Euro gewesen. So. Die 4. Die 35. So. Die beiden Gewinne hier können wir nicht einstreichen. Da ist das extra Gehalt. Die 22. 5 Euro. Nicht mal diese 5 Euro sind uns hier vergönnt. Die 6. Schon wieder einen daneben. Wie immer im extra Gehalt. Die 9. 10 Euro. Und die 25. Schade. Hier im ersten Spiel kein Gewinn. Wir haben ja jetzt nochmal die Chance hier im extra Spiel 20 Euro zu gewinnen. Und zwar brauchen wir zwei gleiche Symbole unter einem Kleeblatt. Und haben dann 20 Euro gewonnen. Ich habe es ja schon einmal geschafft. Leider nicht mehr wieder. Und schade. Mein Lieblingslose. Ich weiß nicht ob es nochmal im Kalender drin ist. Kann sein. Aber das ist eine Niete. Bleibt noch das Törchen Nummer 15. Hier im holländischen Kalender. Und ein Schlittschuh. Schlittschuh hatten wir glaube ich schon. Und da kommt auch jetzt noch einer dabei. Der vierte Schlittschuh. Mal malt der Stift, mal nicht. Wir sind auf dem Weg zu den 100 Euro. So. Hier noch den 15. Freirübeln. Handschuhe. Hatten wir in dem Kalender leider noch nicht. Somit sind das die ersten Handschuhe die wir hier anmalen können. Irgendwie habe ich den Stift versaut. Gut. So. Wie es hier in den holländischen Kalendern weitergeht erfahrt ihr morgen. Abonniert meinen Kanal um kein Video mehr zu verpassen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Die Sendung. Vielen Dank.